SPÖ-Chefin Pamela Reni-Wagner fordert anlässlich des Nationalfeiertags, die Sacharbeit wieder in den Vordergrund zu rücken. In einer Videobotschaft drängt sie vor allem auf Dämpfung von Teuerung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. FPÖ-Obmann Herbert Kickl fordert mehr Freiheit, der dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer einen Ausbau der direkten Demokratie. Denn die Distanz zwischen den Menschen und der Staatsspitze, den Regierenden und zweiten Teilen der Gesetzgebung, sei so groß wie nie, meint Hofer in einer Aussendung. Unsere Aufgabe als Politiker ist es, den Willen zur Mitgestaltung auch zu ermöglichen. Gerade auch die Corona-Krise hat gezeigt, dass es immer weniger Staatsbürgern und Bürgerinnen ausreicht, alle paar Jahre ein Kreuz auf dem Wahlzettel zu machen. Konkret fordert der dritte Präsident, dass von mindestens 250.000 Menschen unterstützende Volksbegehren einer Volksabstimmung unterzogen werden müssen. Zu Kickls Vorstellung zum Nationalfeiertag gehört etwa, die Grenzen gegen illegale Zuwanderung dicht zu machen und Gesundheit und Freiheit nicht gegeneinander auszuspielen. Vor dem Hintergrund der jüngsten Skandale meint Reni-Wagner, dass die politische Kultur wieder zu einer Kultur des Anstandes und des Respekts gegenüber den Menschen zurückfinden müsse. Es brauche ihrer Meinung nach wieder eine Kultur der Ernsthaftigkeit, wo der Inhalt zählt, nicht die Inszenierung.